Die Banu Chesraj waren ein in Jethrib ansässiger arabischer Stamm, der unter ihrem Führer S.A.D.I.B. in Obada den Propheten Mohammed nach seinem Auszug aus Mekka aufnahm. Mit dem jüdischen Stamm der Banu Kainuka hatten sie ein Bündnis geschlossen. Die Banu Aus- und die Chesraj nannten sich gemeinsam auch Banu Kaila, da sie gemeinsam von derselben Anherrin Kaila abstammen. Unter den Arabern zu Zeiten Mohammeds war der Begriff Chesraj auch für die Banu ausgebräuchlich. Situation vor der Ankunft Mohammeds Die Chesraj und die Banu Aus sind vermutlich im 5. Jahrhundert aus Südarabien nach Jethrib eingewandert. Zunächst waren sie den dort schon ansässigen Juden unterworfen. Sie konnten jedoch die alteingesessene jüdische Bevölkerung in Abhängigkeit bringen und wurden Herren der Stadt. Später zerstritten sich verschiedene Unterstämme der Chesraj und der Aus. Dabei waren die Banu Aus mit den Banu-Koreise und Banu-el-Nadir. Die Chesraj mit den Banu Kainuka verbündet. Zur Zeit der Hajra war nach längeren Kämpfen zwar eine gewisse Ruhe eingekehrt, die jedoch nur auf die gegenseitige Erschöpfung und nicht auf einen Friedensschluss gegründet war. Der Tod von Abu Talib und Shedi Chah 619, drei Jahre vor der Hajra, starben mit Shedi Chah und Abu Talib ibn Abd al-Muttalib Mohammeds Beschützer in Mekka. Danach führte Abu Laha ibn Abd al-Muttalib die Sippe herrschung und gewährte ihm keinen Schutz mehr. Mohammed musste nach neun Beschützern suchen, da er die Götter der Mekkaner verunglimpfte und somit den Zorn der Bewohner auf sich zog. Er suchte sie unter den arabischen Stämmen und fand sie noch in diesem Jahr bei Aqaba unter den Chesraj. Die Huldigung von Aqaba Die Untergruppen der Chesraj, die Natscha, Salama und Harit waren die ersten Medin-Inser, die in Kontakt mit Mohammed traten, als er sich während der alljährlichen Wallfahrtszeit den Arabern anbot. Sie hofften durch ihn, den langjährigen Streit in Medine zu beenden. Laut dem Prophetenbiografen Nibbeh in Ishaq nahmen viele Chesraj den Islam an, nachdem sie Mohammed für den Propheten hielten, mit denen ihn die Juden Medinas im Streit immer wieder drohten. Sie wollten die ersten sein, die sich mit ihm verbünden, damit die jüdische Drohung nicht wahr werden konnte. Ein Jahr nach dieser Begegnung in Aqaba huldigten zwölf Medinenser Mohammed, jedoch ohne ein Kriegsbündnis zu schließen. Danach schickte Mohammed Musab nach Medine, wo dieser fielen aus und Chesraj den Islam lehrte. Wiederum ein Jahr später, bei der zweiten Huldigung von Aqaba, wurde dann ein Schutz und ein Kriegsbündnis unter dem Oberbefehl Mohammeds geschlossen. Die Chesraj und die Halschra. Nach der zweiten Huldigung von Aqaba war der Weg für Mohammed bereitet und er führte seine Halschra nach Medine durch. Die jüdischen Stämme und die Medinenser, welche weiterhin an ihre alten Götter glaubten, wurden nun, nachdem die meisten Medinenser den Islam annahmen, von den Muslimen schikaniert und stellen sich gegen ihn. Die jüdischen Rabbis versuchten die Muslime vom Islam abzubringen, sowie die Muslime versuchten, die Juden und die Götzen an Beter zum Islam zu bekehren. Denen, die sich vom Islam abwandten, offenbarte Mohammed die Schuhe 9,74. Karawanenüberfälle und die Vertreibung der Banu-Kainukka und Banu-Nadir. Im 12. Monat in Medine führte Mohammed mit den Chesraj und aus die ersten Karawanenüberfälle gegen die Quraysh. A, die Schlacht von Badr und die Schlacht von Uhud. Nach der Rückkehr von der Schlacht von Badr vertrieben sie die Banu-Kainukka und nach der Schlacht von Uhud auch die Banu-Nadir, die sich beide schon lange vor den Chesraj und aus in Medine angesiedelt hatten. Die Grabenschlacht und das Massaker an den Banu-Kurayse. 627 führten die Quraysh einen Rachefeldzug gegen die Medinenser und wurden in der Grabenschlacht zurückgeschlagen. Nach der Grabenschlacht griffen die Chesraj und aus die Banu-Kurayse, denen sie Vertragsbruch vorwarfen, an. Nach 25 Tagen Belagerung gaben die Banu-Kurayse auf und wurden gefangen genommen. Alle Männer wurden getötet und alle Frauen und Kinder wurden versklavt. Klane der Chesraj Auf Jusham, Harit, Sami, BN, Auf, Saida, Salama, Nadia. Die Nadia waren der wichtigste Unterstamm der Chesraj. Mitglieder SAD, IBN, Obada, IBN, Duleim Abo de Dada